Ich fahre Motocross, seit ich fünf Jahre alt bin. Am Motocross fasziniert mich die Geschwindigkeit, die Sprünge. Beim Rennen sind die weitesten Sprünge so circa 40 Meter und wenn man dann schön darüber fliegt, dann macht das unendlich Spaß und ist ein absoluter Ausgleich zum Büroalltag. Ich bin selbstständiger Steuerberater seit 2014. Ich war damals 27 Jahre alt. Ich liebe meinen Beruf, dass ich die Abwechslung habe. Ganz viele verschiedene Mandanten aus verschiedenen Branchen und das macht auch für mich den Reiz an dem Beruf aus, dass man immer wieder neue Aufgaben bekommt und irgendwie lösen muss und das macht Spaß. Das ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Meine Existenzgründung ging relativ schnell. Ich habe dann auch überlegt, welches Programm ich nutze und mein Mentor und guter Freund aus dem Motorsport, Mike, hat mir die DATEV wärmstens ans Herz gelegt. Er hat gesagt, ja, nimm die DATEV, damit bist du immer sicher aufgestellt und das war auch das Entscheidende für mich, dass ich, wenn ich mein Problem habe, immer weiterkomme und das mir geholfen wird. Ich bin sehr zufrieden über die Entscheidung, die ich getroffen hatte mit der Existenzgründung. Ich kam im Prinzip aus dem Nichts und habe jetzt in sehr großen Mandantenstamm aufgebaut. In Kürze steht die erste Personaleinstellung an, wo ich dann Unterstützung brauche.